ich wünsche einen wunderschönen guten abend so jetzt sind wir mal so weit fertig mit dem kleinen wohnwagen hier wir gehen erstmal außen rum hier ist jetzt die solaranlage drauf die kann ich hier unten anstecken und denn dahin packen wo am meisten sonne ist so soweit einmal rumgehen von außen sieht er jetzt wieder alt neu aus also altes design neuer anstrich bis auf hier das kommt denn noch so und jetzt öffnen wir die pforten jetzt steigen wir mal ein hier in den kleinen hier ist jetzt das kleine bett mit der fernsehecke oder fernsehecke und jetzt können wir hier einmal rum gucken da hinten ist denn das große bett da fehlt noch ein licht sehe ich gerade so haben wir das jetzt auch und dann meine selbst gebaute küche die muss jetzt noch ein bisschen trocknen die habe ich gerade eben noch mal eingewachst und hier drin ist denn das wc was ich noch nicht so fertig gemacht habe also generell das kommt denn noch später weil das ist soweit okay da sieht man noch die alte farbe aber ansonsten passt das ist alles gut ja und morgen geht es denn auf nach italien denn ein schönen abend euch und wir werden uns melden wie es so funktioniert alles bis dann ja